Kommt, checkt wo sie hier sind und wollen reißen, sind nun den Acht in der Mäh, hier in South Boxton, der Reisfangplatz saß an, kommt tätig und fängt in der Goudersat, fängt in der Bars der Satt und checkt wo sie reißen. Ich bin hier in South Boxton, bei der Reisfangplatz, Southern Ontario Motor Speedway, und von dem war es Friedach, der 17. Mäh, und wir wollen den 4. Mäh anfangen zu reißen, aber wir sind auch eigentlich zur Nahrung, da sind nur zwei Seiten uns hängen geblieben, wir sind zur Nahrung, ich kann da hängen mir noch sein, da ist noch ein guter Pödel, 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 und das ist noch ein guter Pödel, da ist noch ein guter Pödel, da ist noch ein guter Pödel, da ist noch ein guter Pödel. Und hier sind die Reisfangplatz, die da hängen sind, ich glaube, wir müssen nur noch ein bisschen reißen, und ich bin filmen, ich könnte das nicht nur reißen, aber es gibt noch ein paar Trailer, die da sein können, die wollen hier noch ein bisschen reißen, wollen sich hier noch rein holen. Anyway, morgen der Acht hier, wollen sich hier solle erste Reißen, wenn es nicht mehr reißen wird, da wird nicht mehr reißen, sondern wir wollen mit rein, aber vielleicht wird morgen die wenig reißen. So, kommt hier an, nach South Boxton, da ist ein Reißplatz, da von Ontario, Leamington, Charm, je, irgendwo, da wo ich auch gerade kann. Ich habe viele, 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 die Charme hier sein, ich habe hier für die letzte Twinn, hier auch gleich mal angekommen, um zu schauen, was ich hier reißen darf. Mein Freund hat sich das hier gekauft, und mein Amigos hat einen Platz hier, kommt hier, kommt hier, sind und wollen sich hier noch ein Reißen, hier kann einen Platz sein, da ist eine sehr Schmackerei, die Merk. Da ist mein Gott gekauft, rein zum Reißen. Ja, ich habe ein Klimaschino-Map abgemacht, das kann sein von Merlin, das ist ein Klimaschino-Nur-Aus, und bloß, die Längden Acht fahren, die Merlin-Rütt im Außen, bett den Saas, und dann klinge nichts im Sieden nehmen. Oder wenn ihr von Weetle-Koom dauer, fahrt die Weetle-Rütt im Außen, der Längden droi, bett den Saas, ein Dreht im Nuden nehmen, nach South Boxton abtau, oder in North Boxton, und kommt hier, wo sie reißen, da sind und dort wird, sei er schein geworden, da waren gescheine Hotdogs, und alle sollten in Hand zu essen. So, kommt hier an. Die, ähm, die Gates, wo ein Klokfeier abgehen, wenn Klokfeier keine Menschen hier neun kommt, dann kann sich die Treibung parken, und hier kann die Sachen an sein, kann ich, die entfernen Platz sehen, und dann kann ich hier noch ein paar Seiten lesen, hier sind noch meine Seiten, mit tollem Wind, so, ich habe hier bei Schilling auch mit Kicken, so, ich war mehr spelt, wenn ich Kornisch war in der Indien, dann wollte ich das hier noch einmal anmerken, mit dem Kicken. Das ist mit Wind, das ist richtig schlecht. Hier kommt der Liner. Das ist immer nicht. Hier kommt der Liner. Losi! Das ist ja nicht wahr. Ich bin gerade mal, du bist es dabei, du bist nicht mehr! Da ist eigentlich nicht so, dass du dich abholt hast. Der Korn muss mit dir anlösen, die Korn anstallen. Ekel, das ist windig. Schuhe, das ist ein Rüschenderer. Die Korn wird abgeworfen, die Korn wird abgeworfen. Die Korn wird abgeworfen und die spielen nicht mehr. Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF Untertitelung des ZDF für funk, 2017